Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achimo und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 16. Mai. Heute dabei Surface Hub 2, WhatsApp, HTC, Twitter und Blogger. Beginnen tun wir mit dem Surface Hub 2, das ist der Nachfolger, kann man sich denken, zum Surface Hub. Das ist ja ein, ich sag mal, Riesentablet für Firmen von Microsoft, mit dem man Teamarbeiten und Präsentationen durchführen kann. Riesenteil, kostet auch ein Schweinegeld, glaube ich. Und das bekommt jetzt ein Nachfolger mit 50,5 Zoll, einem Ständer, das man rumfahren kann wie eine Flipchart. Oder auch einem Wandhalter, wo man bis zu vier Geräte nebeneinander tackern kann und die auch gemeinsam nutzt dann. Und jedes Gerät hat 4K-Auflösung, also hat man da ordentlich Platz und kann im Team seine Daten zusammenführen und präsentieren, was man will. Ja, geiles Teil, werden wahrscheinlich sich die wenigsten leisten können. Was sich nicht unbedingt jeder leisten muss, sondern einfach jeder fast hat, ist WhatsApp. Und da gibt es jetzt Updates für Gruppen. Ja, also WhatsApp will damit auch wohl anscheinend ein bisschen der Konkurrenz von Telegram entgegentreten. Und hat nun diverse Sachen für Gruppen aufgebohrt. Es gibt eine Gruppenbeschreibung. Es gibt weitaus mehr Admin-Berechtigungen. Es gibt eine Teilnehmersuche. Admins können nun auch generell den Admin-Status anderer Admins entfernen. Gruppengründer können nicht mehr aus Gruppen entfernt werden. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass Leute, die wiederholt zu einer Gruppe hinzugefügt worden sind und die Gruppe wieder verlassen haben, nicht mehr hinzugefügt werden können. Also, ja, schöne Sache. Andererseits, ja, Facebook-Gruppen, noch ein paar Gruppen mehr brauche ich auch nicht unbedingt. Aber vielleicht ihr. Eine andere Sache, wo man auch nicht weiß, ob man es braucht, ist das neue HTC Exodus. Das ist, kann man sich denken, neues Smartphone von HTC und es ist deren erstes Blockchain-Smartphone. Ja, ich glaube, die wollten auch unbedingt den Namen benutzen. Was macht das Teil? Es hat ein integriertes Wallet, was mit Bitcoin und Ethereum umgehen kann. Man kann zwischen Exodus-Geräten dann auch dementsprechend Kryptowährungen tauschen. Das Gerät kann man natürlich auch mit einer Kryptowährung kaufen. Dufte Sache. Und ja, diverse andere Sachen, alle rund um die Blockchain. Das ist, glaube ich, auch echt ein Nischenprodukt. Braucht eigentlich auch keiner. Aber warten wir es mal ab. Was schon mehr gebraucht werden könnte, ist der neue Twitter-Algorithmus. Denn der wird jetzt demnächst kommen und der sorgt dafür, dass schlechte Tweets und Trolle nicht mehr den Leuten angezeigt werden sollen. Die Twitter-Timeline ist schon länger nicht mehr chronologisch und der neue Algorithmus soll das noch mehr verringern. Also in Sachen schlechter Tweets, indem man nämlich in Kontext sieht, wie viele Leute beispielsweise auch einen Tweet nicht geblockt haben, den Tweet, sondern eine Person, die getweetet hat, geblockt haben. Und ja, dadurch rutscht dann dieser Tweet ein bisschen runter, wird nicht mehr angezeigt. Und überall da, wo Twitter diesen neuen Algorithmus getestet hat, haben sie 8% weniger Beschwerden bekommen. Also diese Beschwerde, dass wenn Leute sagen, okay, die Tweets sind nicht passend oder hetzerisch oder sonst was, was man ja machen kann mit ein paar Klicks, die sind auf jeden Fall runtergegangen mit dem neuen Algorithmus. Und ja, schauen wir mal, ob das wirklich was bringt. Ich persönlich bin ja immer noch Freund der chronologischen Timeline, die mir halt lang Tweetbeute immer noch erhalten geblieben ist. Ja, und letztes Thema für heute ist Blogger. Und ich rede jetzt nicht von den Personen, die vorm Rechner sitzen und Texte tippen, wie zum Beispiel der Martin. Nein, ich rede von Blogger, der Blogging-Plattform, die Google 2003 gekauft hat. Muss man sich mal vorstellen, vor 15 Jahren. Die Jüngeren unter euch werden sich vielleicht noch, äh, nee, die Älteren unter euch werden sich vielleicht noch erinnern. Die Jüngeren werden jetzt erstaunt gucken, was Blogger denn ist. Ja, und Blogger bekommt von Google jetzt einen Frühjahrsputz. Und diverse Features werden dabei rausfliegen. Ein paar neue Features kommen hinzu. Unter anderem wird das Google-Plus-Gadget, ja, man, also ich weiß nicht, ob ich lachen soll, aber man kann sich kaum halten. Das Google-Plus-Gadget-Widget wird geändert und wird zu einem HTML-Widget, weil es dann ein bisschen flexibler ist. Tja, das wird die, ja, fünf Leute auf Blogger, die mit Google-Plus noch arbeiten, auch sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, fliegt halt viel raus. OpenID war mal drin, fliegt raus. Text-Cube-Support war mal drin, fliegt raus. Was ist Text-Cube, fragt ihr euch? Das ist ein koreanischer Blogging-Dienst, den Google 2008 gekauft hat. Also was die alles gekauft haben, was man gar nicht kennt, unglaublich. Naja, wenn ihr allerdings wirklich noch Blogger benutzt und ich sehe echt ab und zu nochmal so ein paar Blogger-Blogs, wo ich mich immer frage, Kinders, ihr könnt euch schon eine Domäne irgendwie auch leisten und ein WordPress aufsetzen, aber naja. Egal, also wenn ihr Blogger nutzt, dann guckt mal, ob da vielleicht ein paar Features jetzt rausfliegen, die ihr liebgewonnen habt und vielleicht wechselt ihr dann doch zu einer anderen Plattform. Jupp, und das war's auch für heute. Bergfest Mittwoch. Ich wünsche euch einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.